Rückschwung und Durchschwung. Und außerdem ist die Geschwindigkeit höher. Das ist notwendig, mehr Geschwindigkeit für mehr Spin. Also viele Golfer bevorzugen es von Sandwich bis 1,8 zu spielen, je nachdem wie hoch sie den Ball spielen wollen, wie weit sie den Runden lassen wollen. Aber ich kenne auch viele Golfer, die sehr gut mit einem Schläger zurecht kommen. Also wenn du eine dieser Golfer bist, bitte schaut jetzt weiter. Natürlich, wenn ich Einschläge verwende für kurz und hoch und viel Rollen und wenig Rollen, dann muss ich an meiner Höhe arbeiten. Ich muss wissen, was ich tun sollte um den Ball flach zu spielen und hoch zu spielen. Und was ich da vorschlage, es ist sehr, sehr einfach, aber es muss erst mal geübt werden, ist folgendes. Wenn du einen hohen Ball spielen möchtest, und ich gehe davon aus, dass du alles mit einem Sandwich oder Gapwich spielst, irgendwas ähnliches, vielleicht sogar ein Pitching Wedge. Du kriegst den Ball schön hoch. Ich werde jetzt den Ball ganz dicht an der Kamera vorbeischlagen, indem du einen Phil Mickelson Schwung machst. Also voll und langsam. Und ich achte dabei auf die Endposition, dass ich meine Hände hoch habe. Ein Rückschwung ist eine ganz normale Pitchhöhe, je nachdem wie weit ich möchte. Aber ich denke langsam und hoch durchschwingen. Wenn ich aber mit dem gleichen Schläger einen flachen Ball spielen, vielleicht mit viel Spin, der Ball darf ein bisschen ausrollen, dann mache ich meinen Schwung so klein wie möglich. Rückschwung und Durchschwung. Und außerdem ist die Geschwindigkeit höher. Das ist notwendig, mehr Geschwindigkeit für mehr Spin. Auf jeden Fall, wenn ich den Ball spielen, wo er einmal aufkommt und dann beim zweiten oder dritten Mal bremst mit Spin, dann ist das der Schlag. Dieser Ball war viel, viel niedriger, ist weitergerollt, hatte aber mehr Spin. Okay, so voll mit hohem Ende, langsamer Schwung für hoch. Und für niedrig ist es kurz und knackig mit viel Geschwindigkeit. Probier es aus und bis bald.